Moin zu Senran Kagura ja weiter geht es jetzt nun hier im Finale bei Kapitel 5 wir hatten ja immer diesen super coolen Kampf gehabt so dann legen wir los Der Pfad der Shinobis Hibicho Ruine Was für eine Kreatur Final Battle so ok der hat aber ganz schön viel Leben Ah ok Kommen wir wohl zu der nächsten Phase Natürlich muss es eine weibliche Art Schlange sein Dann haben wir die Orashi Boah Wohlt aber viel Ich habe es gesagt hopefully zum Beispiel ich bin der Ich habe es gesagt Ich habe es gesagt Hohohoho S'ha miro Hohoho, hohoho kaku Doi Hohohoho Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ach guck mal, da ist doch ein Kopf drinne. Köpfe, wow. Sieht wie verstörend aus das Vieh. Kommen wir zur weiteren Phase. Soll bestimmt so ne Art, ne Art Ed-Phase sein oder sowas. Soll es nicht so, was wir auf die Rechte bekommen, das ist doch sicherlich. Soll es nicht so, was wir alle an das Gericht? Soll es nicht so, was wir jetzt nicht so, was wir jetzt wieder an die Linke machen. Soll es nicht so, was wir jetzt auch wieder an die Garten? Soll es nicht so, was wir jetzt noch etwas richtig an die Rechte, den wir an die Garten. Jetzt kommt die Finale Phase Jetzt ist da richtig sauer wohl Oh, die Musik hat sich auch irgendwie geändert wohl Boah Oh Laser Jawohl Aska, bringe es nun zu Ende Mit der Power von Wahre Aska Wow Oh Das war's für mich, Asuka. Das war's für mich, Asuka. Asuka-chan! Asuka-chan! Asuka? Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das war's für mich. Asuka-chan, was ich? Das war's für mich. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin bereit. Ich bin bereit, dass mein Königin dich mache. Ich bin bereit. Because sie sind bereit, ich bin bereit. Und ich bin bereit, dass ich mich nicht dafür trovene, Das war's für mich. Ich bin bereit, es wurde ... Also, das ist das, so später. Ich bin bereit, aber ich bin bereit. Ich hätte mich nicht für mich... Das ist ... Ja, das war es so, was ich. Ich werde mich nicht mehr in die Welt gefallen. Ich habe mich nicht mehr gesehen, wie ich hatte, weil ich mich nicht mehr verletzen kann. Nun wird es wieder alles gehalten. Ich bin mir, wie ich mich zeige. Ich bin mir, wie ich nicht. Ich bin mir das Wichtigste. Ich bin mir, wie ich mich nicht mehr überwunden habe. Ja, ich bin es. Ich bin das, was ich hier gefallen. Ich bin mir im Moment. Ich bin mir überwunden. Ich bin es so viel zu tun, dass ich einen neuen Weg einschneiden. Ich muss mich gehalten, wenn ich mich nicht mehr dort versuche. Ich kann mich nicht mehr mitnehmen. Aber ... Er ist okay. Ich werde wieder sehen, ob ich es dir in einem anderen Teil geschehen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Ich kann mich nicht mehr bei dir. Ich verstehe, dass ihr. Sie sind nicht aufschlussend. Sie werden nicht mit den Tafeln. Das hat dann nie zu sehen. Sie werden nicht contestiert. Sie werden nicht so gut. Sie sind sicher nicht so gut. Sie können die Praisen und sich Tilzert aus... Ich bin so einig, dass ich mich wieder aufschraubt. Oh, Mama-chan! Ich werde noch, noch mehr, noch stärker! Ich werde wieder sehen! Ich werde wiedersehen! Ich bin dann auch noch einig, aber ich werde das Gefühl. Ich werde das Gefühl, dass ich mich wieder zurückgekehrt habe. Ich werde das Gefühl, dass ich mich wieder zurückgekehrt habe. Ja, sehr gut. Was hätte ich mir nicht angenehm? Ja, ich glaube etwas. Ich glaube, das war ein Ruhiges für die Welt, was zu beherren. Die Die Also denke ich, um ein paar Menschen, wenn sie etwas zu tun haben. Aber ich habe auch meinen eigenen Gebiet gekauft. Ich habe die Schreiber-Schein-Leute aufgebracht. Sie sollten das für mich, um dann zu beendet. Es ist eine Partie, wie ein Denkontag. Ich habe es vergessen, dass ich noch nicht aufgeliehen will. Ja und somit haben wir die Kampagne von der Hanzo Akademie abgeschlossen und danach folgt eben halt die Hibicho Akademie, die zweite Kampagne mit den bösen Shinobis. Danke auf jeden Fall, bis hierhin beim Zuschauen bei Senran Kagura Burst Rejuvel. Und dann sehen wir uns bei der Hibicho Akademie, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da wieder dabei sein würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.